New Super Mario Bros. Ich bräuchte dafür einen blauen Panzer. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter und sehen dann später zu, wie wir das gebacken kriegen. Ich habe außerdem gar keinen Bock momentan wieder in dieses behinderte Geisterschloss zurückzugehen. Ich lasse mich lieber von großen, stacheligen Dingern aufspitzen. Ihr wisst, aufspitzen ist ein Wort. Wenn man mal überlegt, wie die Dinger damals aussahen, die Dinger gab es ja auch in Super Mario World schon. Und da sahen sie einfach mal komplett anders aus. Help. Help. Letzte Aufnahme-Session ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Kannst du mal sehen, da habe ich nicht genug... Wow, hallo. Zerstört. Verkackt. Kann ich auf euch stehen, wenn ihr... Moment. Moment. Äh, äh. Okay, Mario, so funktionieren wir nicht. Ähm... Nee, das funktioniert absolut nicht. Gib mir das. Äh. Es funktioniert nicht. Oh, Moment mal. Oh, Moment mal. Ich glaube, ich kann schummeln. Oh, hallo, Großer. Es geht. Wow. Tatsache, ich kann schummeln. Ha ha. Ich habe so viele Sachen umsonst verschwendet. Mann, bin ich ein Pro. Hitboxes. Hitboxes. Nur was? Habt ihr das gesehen, was das... War, war, war es... Wieso und warum? Ich bin nicht der Einzige, der es gesehen hat gerade, oder? Nur mal so. Ich bin nicht der Einzige, der das jetzt gerade eben miterlebt hat, ne? Ihr habt das ja auch gesehen. Ihr habt das ja aufgenommen und so. Ich habe das Ganze auf Kamera. Ich fühle mich gerade so ein bisschen verarscht. gerade deswegen. Mein... Der hat mich doch... Schon wieder. So ein Sack, Sack, Sack. Das ist absolut unhöflich. Ich merke schon, man möchte mich tot sehen. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. mir fehlt eine Münze. Warum? Ernsthaft? Kann ich da durchsliden? Kann ich bestimmt durchsliden. Aber das ist sehr riskant. Und sehr schlecht. Ja. Das ist scheiße jetzt. Okay. 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 Wir haben auf jeden Fall die Münzen. Ich muss nur noch hier raus. Ich muss nur noch hier raus. Ich will... Mäh. Ach, Manu. Alles normal? Okay. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Kein Ding. Machen wir. Kriegen wir hin. Muss ja. Du da bist ein Arsch. Nur mal so. Das möchte ich dir nur gesagt haben. Deswegen bin ich froh, dass wir uns deswegen im Clan sind. Deswegen möchte ich, dass du deine behinderte... Er ist ein Arschloch. Er ist ein riesen Arschloch. Aber total. Ich meine, holy moe. Seine Headbox. Headboxes. Ähm. 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 Hopp. Okay. Soweit. Fick dich. Ja, das ist jetzt... Okay, das muss jetzt schneller gehen. Yes. Okay. Das ist so easy im Grunde. Warum habe ich das gerade verkackt? Ach ja. Wir sind ja eine... Das ist ja ein Schloss. Da ist ja ein richtiger Boss. Hahaha. Mähähäh. Oh, nö. Wie warst du noch? Fisch. Okay. So warst du. Du hast... Fisch. 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 Nie mehr Fisch in meinem Leben. Nie mehr Fisch. Ich hasse Fisch. Richtig. Pack sie. Nimm sie mit. Kannst sie haben. Ich will sie gar nicht mehr. Ich suche mir eine neue. Ach, guck mal. Sie sind schon in der Eiswelt. Yay. Yay. Speichern. Yay. Wieder zurück. Hast du ja auch noch Welt 4 vor. Und wir haben ja Welt 3 mal komplett übersprungen. Ja, wat nu. Irgendwo muss hier ein geheimer Weg sein. Ich schätze hier. Weil hier glaube ich nicht. Und wir bräuchten... Moment. In dem... Huhu-Dings. Die ist gerade ein... Das führt mich zu einem geheimen Weg. Aber ich will ja die anderen Level da unten haben. Hä. Wir sind... Ziemlich in einer Bedrohung. Ach ja, klar. Dich brauche ich jetzt gerade mal gar nicht. Nee. Nee, nee, nee. So brauchen wir hier gar nicht anfangen. Ich brauche einen blauen Panzer hierfür. Warte mal. Ist jetzt hier... Jetzt ist hier sowas. Lass hier nochmal reingucken. Weil irgendwie will ich da unten an die Level rankommen. Ja, doch. Das Level sieht sehr danach... Ach, guck mal. Genau, was ich brauche. Genau, was ich brauche. Um einmal durchs Level zu rushen. Bäh. Allerdings sollte ich das möglichst auch irgendwie überleben. Weil ich brauche das Ding noch. Ergo, laufen ist jetzt keine Option. Okay. Wir brauchen keine Münzen. Wir brauchen schlicht und ergreifend... Zeug. Ja, dich nehme ich mal mit. Das ist jetzt da, wo wir gerade reinge... Wow, nein. Ich würde ja den blauen Panzer sehr gerne behalten. Oh, das ist der YouTube-Money-Raum. Versteh schon. Der YouTube-Raum. Naja, das hat mir jetzt nicht sonderlich weitergeholfen. Oder doch, weil hier ist auf einmal alles auf... Holy shit. Hier ist ja alles und jeder auf Droge. Secret Exit. Das ist... Jesus Sasser. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das denn gedacht? Schimmeln. Meine Nase. So, jetzt haben wir einen mega Umweg gefunden. Sehr schön. Ergo, wir können jetzt mit dem blauen Panzer erstmal das hier erledigen. Mein Auge juckt. Ich habe 34 Leben. Sollte ausreichen. So, jetzt muss ich nur noch dieses Level hier irgendwie schaffen, ohne komplett wahnsinnig zu werden. Und mit dem blauen Panzer dürfte das sogar tatsächlich eine Tatsache werden. Nicht zu schnell. Mein marionischer Freund. Wir möchten das hier... Wir müssen das gesittet annehmen. So. Ganz gesittet. Mit Mayonnaise. Fui. Ach, ja. Ganz vergessen. Ganz ver... Au, 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 au. Okay, okay. Ich weile mich schon. Geschafft. Das ist schon mal das. Wir müssen jetzt nur noch ganz oben. Nur, in Anführungsstrichen. Ich weiß, da oben lauert ein ganz böser Assipumpkin, mit dem ich nichts zu tun habe. Und der ist auch... BAH! Guck mal, Magie, ich hab meinen Panzer noch. Guck mal, ich hab ihn noch. Guck mal, wir tun jetzt mal so, als ob das nie geschehen wäre. Das ist, glaube ich, in unser aller Interesse. Kann ich eigentlich nicht einfach damit hochsurfen? Das wäre eine Sache, die mich mal interessieren würde. Ob ich da nicht einfach, äh... Mit meinem Panzer hochsurfen könnte. Das wäre irgendwo voll sexy. Ach so. Bäh! Warte, ich versuch das jetzt mal. Hahaha! Cool! Dann mach ich's mir doch gleich... Dann mach ich's mir doch gleich viel leichter. Moment, Moment. Das kriegen wir hin. Das muss ich jetzt ja normal machen, weil jetzt die Stufen sind. Aber gleich... Oh, gleich! Oh, dieser Pumpkin weiß gar nicht, was ihm geschieht. YOLO! Bam! 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 Ach so! Geil! Und das Schlimme ist, es fehlt mir hier tatsächlich, glaube ich, noch ein Ausgang. Mir fehlt hier trotzdem noch der Secret-Ausgang. So wie ich das jetzt gerade erkannt habe. Mir gefällt diese Erkennung nicht. Mir gefällt diese Erkennung absolut gar nicht. Ja. Ja. Wir haben auf jeden Fall schon mal alle Münzen. Das ist schon mal eine Sache. Problem ist nur... Die Kanöne da. Wir machen jetzt erstmal die anderen Level, die da unten, die da auf uns warten. Und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht ist ja auch da schon das, was wir brauchen. Wer weiß? Das ist... So. So. Kurz richtig hinsetzen. Realisieren, dass... Du ein Arschloch bist, aber ein ganz gewaltiges. Oh Mann, das ist Röhren-Super-Adventure-Land. Ein Spaß für die gesamte Familie. Das wird ein Spaß, jede Röhre einzeln zu testen. Es wundert mich ja, dass Nintendo nicht einmal versucht hat, mir ans Bein zu pissen. Jetzt mal ohne Scheiß, Nintendo hat... Ja, ganz Nintendo hat nicht einmal versucht, mir ans Bein zu pissen in der Zeit. Jetzt sagen wir nicht, ich brauche Mini-Marschuhen dafür. Ich kriege hier echt Aggression mit euren Scheißröhren. Aha! Zurück! Oh. Oh, guck mal! Ich hab die vermisst! Und fast wieder verloren. Das war irgendwo klar, weil überlegt hier war eine... Wünsche! Die wievielte? Die erste! Ach, gucke! Hören Sie mir sehen! Keine Glückwunsch! Ich liebe den blauen Panzer, übrigens, das Ding ist total toll. Aber ich glaube, ich hätte hier doch lieber... Hoopala! Nein! Nein! Keine Blume! Fuck! Ja. Ja! Ich bin nämlich hier, aber... Ich spiel auch gerade aber auch wie der letzte Bonzen, also davon abgesehen. Wie zur Hölle soll ich das denn herkriegen? Wie zur Hölle soll das denn gehen? Du nervst! Du nervst! Ha ha! Ha ha! Soll ich da denn hochkommen? Ey! Was ist ein Arsch? Na gut, wenigstens ist die eine Münze gespeichert, soviel ist schon mal toll. So. Moment. Magie! Magie! Ich höre nur noch... Oh Gott! Oh Gott! Okay. Darf ich nach Hause? Ich will nach Hause. So. Ich bin zu Hause. Oh Gott! Super! Ugh! Äh. Scusi. Das tat gut. Das tat ziemlich sehr gut. Okay. Wir halten Ausschau nach Secret Axis. Äh. Axis. Axis. Nicht du schon wieder! Nicht du, Boba Fisch! Au! Ja, richtig. Ich mag dich nicht. Hast du gut erkannt, Fisch. Nein! Friss schund. Na, das hat nicht so... Oh, Fisch! 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 Oh, Checkpoint. Checkpoint for Fisch! Bäh! Das ist nicht witzig. Sackfisch. Wie soll ich das denn machen? Blöder Arschfisch! Hm. Okay. Arschfisch hat sich also dazu entschlossen, ein Arsch zu sein. Ich verstehe. Ja, komm mal her. Oh, ja. Ja, nö. Ja, warte, 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 warte. Mit dir bin ich noch lange nicht fertig. Unsere Diskussion ist noch nicht zu Ende. Komm her. Na, hier. Los, friss schon, du Fisch. Fisch-Fratze. Yes! Super Saiyajin-Modus. Keine Ahnung, ob ich das jetzt so sollte oder nicht, aber ich leuchte. Ich bin leicht radioaktiv. Das ist das Ende? Oh. Oh. Pay attention. Pay attention, Kiddies. Geil, oder? Kriegen wir nur, wenn wir halt so... Oh, mein Mikro ist schon wieder total kacke. Sekunde. Problem gefixt. So, jetzt haben wir das hier schon mal. Äh, ich glaub ja... Ich glaub ja doch, dass die... Das Geheimnis doch bei den Geistern liegt. Und wenn das der Fall ist, hab ich da wenig Lust drauf. Immer so, äh... Wobei, ich geh hier nochmal durch. Nur, um doppelt abzuchecken. Ich glaub zwar nicht... Nee, es kann eigentlich nicht sein. Das ist... Pennerfisch. Pennergoomba. Pennerfisch. Ja, Fischarsch. Nein! Okay. Ich schnapp mir gleich den Stern und renn durch bis zum Ende. Oh, Moment. Ich möchte sogar tatsächlich, dass wir haben, weil er kriegt den Stern. Haha! Und kann doch neben auch grasen. Ach so, das ist nur für die Münze. Weil ich komm denn hier so... Ja, okay, gut. Okay. Okay, gut. Okay, gut. Hätte ja sein können. Hätte ja... Sein können. Wir kriegen Punkte. Punkte bringen hier nichts. Nur mal so. Ich wollte es nur gesagt haben, dass wir dafür Punkte kriegen. Ich guck doch mal bei den... Bei... Bei den Dings vorbei. Wir haben zwar von dem Münster, der ist komplett, aber dieser eine Geheimausgang, der geht mir nicht aus dem Kopf. Versuchen wir den hier noch zu finden. So schwer kann das doch nicht sein. Sagte er. Also wir haben auf jeden Fall alle Münzen. Da kann ich schon mal froh drüber sein. Ich weiß immer nicht, was ich von gut halten soll. Sie sind irgendwie da. Dankeschön. Nehme ich gerne. Nehme ich sehr gerne. Der andere Block interessiert mich in den Punkten gar nicht. Wo kann hier ein Geheimausgang sein? Hier ist eine Door. Eine Door ist immer was. Ach ja. Hm. Aber auch mal nichts Interessantes oder irgendwas, was von Belang ist. Wir überziehen jetzt die Folge mal ein kleines bisschen. Die Folgen sind eh superschnell im Rendern und ich sag mal so, äh, ja. Von daher stört mich das jetzt gerade mal nicht. Bleibst du da? So. Was ist hier nochmal gewesen? Ach ja, Münze. Ey! Er ist durch die Dings geglitscht. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Ich hab aber auch ein Glück in letzter Zeit hier. Moment mal. Wo fährt das Ding eigentlich hin? Zeigt mir nur die Münze. Ach du Kack. Du stehst jetzt da ganz toll. Nur mal so. Hm. Hm. Irgendwo muss es ja sein. Ich mein, das ist nur für die Kanone. Es ist jetzt also nicht sonderlich super interessant oder so. Aber trotzdem. Hoppala. Ach guck mal. Hätte ich auch so machen können. Äh. Äh. Hm. Nee. Ich bin ganz ehrlich. Ich hab null Ahnung. Wo das sein soll. Wo das Secret Exit sein soll. Ich hab null Ahnung. Null Beilung. Nee. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Absolut null Verpeilung Planung. Kein Dings. Kein Bums. Sowohl als auch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Be New Super Mario Box. Bis zum nächsten Mal. Sia Leute. Nyeh.